Baden wir in Süßwasser oder im Mittelmeer, so gehen wir unter und treiben knapp unter der Wasseroberfläche, sobald wir keine Schwimmbewegungen mehr machen. Auf Fotos vom Toten Meer sieht man jedoch, dass Menschen sich ins Wasser legen können und darauf schwimmen, als ob sie auf einer Luftmatratze liegen würden. Wie ist das möglich? Das funktioniert, weil dort der Salzgehalt des Wassers extrem hoch ist. Während im Mittelmeer der Salzgehalt des Wassers bei ca. 3% liegt, beträgt das Salzgehalt des Toten Meeres 30%. Es besitzt somit eine viel größere Dichte. Dadurch ist die Auftriebskraft viel größer als die Gewichtskraft der Person und sie schwimmt. Wir können dies mit einem Ei zeigen. In Süßwasser, in unserem Fall normales Leitungswasser, ist die Gewichtskraft des Eies größer als seine Auftriebskraft. Dadurch geht das Ei unter. Süßwasser hat eine Dichte von 1 g pro Kubikzentimeter und das Ei hat eine Dichte von 1,1 g pro Kubikzentimeter. Erhöhen wir den Salzgehalt, erhöhen wir auch die Dichte des Wassers. Sobald die Dichte des Wassers größer ist als die Dichte des Eis, steigt das Ei nach oben. Zu diesem Zeitpunkt ist die Gewichtskraft kleiner als die Auftriebskraft. Wie kann ein Taucher den Meeresgrund entlang schweben, ohne dabei ständig Tauchbewegungen machen zu müssen? Um sinken zu können, muss die Gewichtskraft des Tauchers größer als seine Auftriebskraft sein. Taucher verwenden daher Bleigewichte, um ihre Gewichtskraft zu erhöhen. Zusätzlich tragen sie Tarierwesten. Tarierwesten können mit Hilfe der Luft aus der Pressluftflasche aufgeblasen werden. Dadurch erhöhen die Taucher ihr Volumen und somit ihre Auftriebskraft. Ist die Auftriebskraft des Tauchers größer als seine Gewichtskraft, so steigt er wieder auf. Möchte er seine Auftriebskraft wieder verringern, so lässt er die Luft über ein Ventil wieder aus der Weste entweichen. Sind die Gewichtskraft des Tauchers und seine Auftriebskraft im Gleichgewicht, so kann der Taucher fast bewegungslos im Wasser schweben. Ist die Gewichtskraft größer als die Auftriebskraft, so geht der Körper unter. Ist die Gewichtskraft kleiner als die Auftriebskraft, steigt der Körper auf. Und ist die Gewichtskraft gleich der Auftriebskraft, schwebt der Körper im Wasser. Und wie schwimmt ein Fisch? Viele Fische besitzen eine Schwimmblase, die mit Gas gefüllt ist. Durch diese gelingt es Fischen, in verschiedenen Tiefen zu schweben, ohne sich bewegen zu müssen. Der Fisch reguliert seine Schwimmtiefe mit Hilfe seiner Flossen. Er bewegt sich also aktiv nach unten oder oben. Schwimmt der Fisch nach unten, so wird der hydrostatische Druck größer. Durch den höheren Druck würde der Fisch komprimiert werden und dadurch einen noch kleineren Auftrieb haben, also weiter absinken. Damit er in den Schwebezustand kommt, pumpt der Fisch Gas in seine Schwimmblase und passt damit seine Dichte an die Umgebung an. Schwimmt der Fisch wieder nach oben, so nimmt der hydrostatische Druck ab, das Volumen des Fisches würde dadurch zunehmen und er hätte mehr Auftrieb. Daher lässt der Fisch das Gas wieder aus und stabilisiert damit seine Lage. Dichtere